Hallo und willkommen zum Video-Tutorial Projekte. Diesmal geht es hauptsächlich um die Projektmappe. Nicht inhaltlich, aber um die entsprechende Layout-Gestaltung. Wir sehen hier eine Projektmappe, die ist mitten in der Fertigung drin. Ich habe hier mal die Absatzmarken eingeschaltet. Hier kann man sehen, wo Zeilenschaltungen und Leerzeichen drin sind. Und man sieht hier auch, hier sind Seitenumbrüche drin. Der Vorteil ist bei so einem Seitenumbruch, dass man hier dann genau auf der nächsten Seite eben mit der beginnenden Überschrift anfangen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Organisations- und Zeitplan noch etwas auffülle, das Ganze schiebt sich nach unten. Dann hätte das den Vorteil, dass das nächste Thema, hier Skizze für einen Anmeldebogen, sich dann nicht mehr auf dieser Seite befindet, sondern sich schon auf die nächste Seite überträgt. Hier ebenfalls, also ich muss hier vorne hingehen, einfügen, Seitenumbruch und dann sehe ich hier, das war ja zuerst zusammen, es schiebt sich automatisch auf die nächste Seite. Wenn ich das hier wieder lösche, entsprechend, man sieht dann also gleich, ich habe jetzt hier die Tabelle auf der Seite, hier ist jetzt nichts mehr, das muss ich entsprechend löschen. Und wenn ich das gelöscht habe, dann habe ich wieder das Thema auf der nächsten Seite sauber abgetrennt. Ja, was kann man noch machen? Die Überschriften zum Beispiel kann man hier mit den Formatvorlagen formatieren. Ich muss hier bloß draufklicken und ich spare mir die Nummerierung, Fett und Unterstrichen. Und die Verlinkungsfunktion, die zeige ich nachher. Man kann nämlich, wenn die Überschriften hier sauber formatiert sind, daraus ein Inhaltsverzeichnis erstellen, was händisch wieder sehr mühsam wäre. Man kann auch Unterüberschriften erstellen. Ich habe jetzt hier die Überschrift 1, also die erste Ebene. Man kann hier auch die Überschrift 2 nehmen, die zweite Ebene. Es sieht dann auch etwas anders aus. Wenn man die Absatzmarken einblendet, sieht man hier vorne auch einen Punkt, also der Hinweis, dass sich hier jetzt ein Überschriftenformat und eine Verlinkung befindet. Hier ist es noch nicht der Fall. Wenn ich hier entsprechende Formatierung vornehme, habe ich das auch hier zu sehen. So, jetzt bin ich natürlich wieder auf der übernächsten Seite. Hier machen wir das ebenfalls. Und wie gesagt, der Vorteil ist, ich muss hier nicht mehr durchnummerieren und nachschauen, was ist denn gerade welche Nummer für welche Überschrift dran. Wenn ich das nun so habe, dann kann ich zur ersten Seite wechseln. Ich schalte hier ein paar Mal und füge hier auch einen Seitenumbruch ein. Jetzt habe ich eine Seite gewonnen und auf dieser Seite kann ich dann das Inhaltsverzeichnis einfügen. Ich kann jetzt also hier auf Verweise gehen. Inhaltsverzeichnis. Und hier bekomme ich sogar drei verschiedene Layoutmöglichkeiten für ein Inhaltsverzeichnis. Ich nehme das erste Mal her und man sieht jetzt hier, ich habe hier automatisch das Inhaltsverzeichnis durchnummeriert. Ich habe die einzelnen Überschriften, die ich hier im Dokument habe, übertragen und die entsprechende Seitenzahl steht auch schon dran. Was ist jetzt der Vorteil? Einmal hier die Schnelligkeit dieses Inhaltsverzeichnis einzufügen. Aber auch, wenn sich jetzt etwas verschieben würde, nehmen wir mal wieder den Fall an, ich würde also den Tag 2 hier auf die nächste Seite bringen. Natürlich verschieben sich dann auch die anderen Überschriften und stimmen natürlich nicht mehr mit diesem Inhaltsverzeichnis überein. Man kann hier jetzt draufklicken und man kann hier sagen, Tabelle aktualisieren. Und wenn man an den Überschriften nichts verändert hat, dann kann man hier auswählen, nur Seitenzahlen aktualisieren. Und wir sehen jetzt hier, hier stimmt es noch überein, Seite 2 und den Tag 2, den haben wir dann auf die Seite 3 geschoben und die nachfolgenden Seiten, die müssten sich entsprechend verschieben. Wenn wir jetzt hier auf OK klicken, dann sieht man, aha, der Tag 2 ist jetzt auf der Seite 3 angekommen. Die Seite 3. Gut, am besten man macht noch folgendes und zwar man fügt noch die Seitenzahlen ein. Wenn man hier doppelt in diesen Bereich klickt, dann kommt man in die Fußzeile. Hier macht sich auch das Kopf- und Fußzeilen-Tool auf und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Seitenzahlen auszuwählen, am Seitenende, in der Mitte und dann habe ich die Seitenzahlen hier drinnen. Schauen wir mal nach. Ja, ist ein bisschen klein. Man kann das auch entsprechend größer formatieren. Naja, 10, 5. Machen wir das mal so. Gut. Ja, was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel eine Fußnote einfügen. Ich habe hier zum Beispiel den Begriff Catering und hier kann ich, wenn ich hinter dem Wort den Cursor positioniere, könnte ich hier jetzt sagen Fußnote einfügen. Und dann sehe ich hier einen Strich automatisch und das habe ich schon in die Zwischenablage gelegt. Dann habe ich hier die Erklärung, wo kommt Catering her, Englisch to cater, Lebensmittel liefern, jemanden verpflegen. Vorteil ist wieder, wenn ich hier oben noch etwas einfügen würde, schieben wir es mal auf die nächste Seite. Man sieht hier, diese Verknüpfung bleibt hier bestehen. Sobald diese Verknüpfung aber auf die nächste Seite kommt, verschwindet auch hier diese Fußnote und kopiert sich automatisch auf die nächste Seite. Also auch wieder ein Vorteil, ich muss hier nicht extra eine Linie ziehen, ich muss das dann nicht extra verschieben, sondern das funktioniert ganz automatisch. Und dann machen wir es wieder rückgängig. Und man sieht, es ist wieder auf der Seite 2 gelandet. Das können wir auch rückgängig machen. Eins noch. So. Na, jetzt so. Okay. Was wir noch machen könnten, wäre einen Rahmen um die Seiten drumherum. Seitenrand mit einer einfachen Kontur. Dann sehe das Ganze auf den Seiten so aus. Muss man nicht machen, es geben auch noch andere Möglichkeiten, indem ich vielleicht nur oben und unten eine Linie setze. Und dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Also, je nachdem, was einem hier besser gefällt, halt Seitenrand, Kontur und dann sieht es so aus. Gut, was kann man hier noch machen? Wir haben hier zum Beispiel eine Skizze von einem Anmeldeformular. Hier kann man ebenfalls einen Verweis setzen, nämlich ein sogenanntes Abbildungsverzeichnis, hinten nach den Quellenangaben. Um das erstellen zu können, muss man natürlich erst mal die einzelnen Bilder beschriften. Das mache ich mit der Beschriftung. Und dann kann ich hier sagen, Abbildung 1, Anmelde, Na. Und das steht hier auch gleich drunter. Man kann hier auch, wenn es ist, gleich angeben, was das für eine Quelle ist. Dann, hier haben wir zum Beispiel, könnte man noch ein Bild einfügen. Auf einem Hochregal. Hier kann ich ebenfalls draufklicken, Verweis einfügen, Beschriftung. Hier kann ich sagen, Hochregal. Steht hier gleich dran. Könnte auch die Quelle dazu schreiben. So, eins noch, Beschriftung einfügen. Hier haben wir Flyer Aufbau. So, und jetzt kann ich hier hergehen und sagen, Abbildungsverzeichnis. Ich kann hier auch wieder hergehen und sagen, Überschrift. Jetzt habe ich hier automatisch die Überschrift 8. Das heißt, ich muss nachher das Inhaltsverzeichnis wieder aktualisieren. Diesmal nicht nur die Seitenzahlen, sondern das Gesamte, weil ja die 8 noch nicht aufgelistet ist. So, und hier kann ich hergehen und sagen, Verweise, Abbildungsverzeichnis einfügen. Okay, und dann habe ich hier die einzelnen Abbildungen, was es darstellt und hier die entsprechenden Seitenzahlen entsprechend aufgeführt. Diese Reflexion, Quellenangaben und Abbildungsverzeichnisse, die kann man auf einer Seite ruhig sammeln. Man sollte halt dann schauen, dass das hier wieder mit dem Seitenumbruch passt. Und hier hat man die Erklärung und hier könnte man noch was hinmachen, nämlich den Anhang. Wir können den wieder formatieren als Überschrift. Dann haben wir schon Zehntens. Und jetzt müssen wir nochmal zurück. Und dann klicken wir hier entsprechend rein. Tabelle aktualisieren. Diesmal Gesamtesverzeichnis aktualisieren. Wir haben nämlich hier zwei neue Überschriften und natürlich neue Seitenzahlen. Also Gesamtesverzeichnis, dann auf OK und es passt wieder alles. Gut, wie sieht es aus? Wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Man kann hier übrigens auch die erste Seite, bei der ersten Seite die Seitenzahl ausblenden. Also wenn wir jetzt hier nochmal reinklicken und auf erste Seite anders gehen, dann habe ich hier beim Inhaltsverzeichnis keine Seitenzahl. Hier fängt dann die Seitenbeschriftung erst auf der Seite an, wo der Inhalt auch zu sehen ist. Gut, dann fehlt uns noch ein Deckblatt. Entweder ich gehe wieder her und sage Seitenumbruch, gestalte dann mein eigenes Deckblatt oder Word hat die Möglichkeit, hier schon Deckblätter vorgefertigt einzufügen. Ich kann hier also entsprechend draufklicken und kann mir hier schon mal ein Deckblatt aussuchen. Ich habe hier auch noch weitere Deckblätter auf Office kommen. Das funktioniert gerade nicht, aber eine Internetverbindung habe ich. Also hier würden weitere Deckblätter auftauchen. Ich kann hier noch nach unten scrollen und mir dann entsprechend ein schönes Deckblatt heraussuchen. Und hier sind auch entsprechende Felder schon vorgegeben. Ich brauche hier nur reinklicken und dann entsprechend ausfüllen. Oder ich füge natürlich entsprechend selber ein Textfeld ein. Also beim Einfügen entweder sage ich hier Textfeld, Textfeld erstellen oder ich kann auch hier bei den Autoformen habe ich hier auch gleich das erste als Textfeld und kann dann entsprechend hier Felder einfügen und entsprechend ausfüllen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch die Projektgruppe entsprechend auffüllen. Gut, zur Sicherheit noch mal das Inhaltsverzeichnis vielleicht aktualisieren. Da hat sich nichts geändert. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Also das Ganze sind jetzt auch Verlinkungen. Das heißt, wenn ich hier die Steuerungstaste gedrückt halte und klicke dann auf den entsprechenden Verweis, dann komme ich auch entsprechend auf die Seite 3 zu dem jeweiligen Bereich, den ich im Inhaltsverzeichnis angeklickt habe. Gut, so sollte die Projektmappe entsprechend aussehen, wenn sie gelayoutet ist, gestaltet ist. Und dann wünsche ich gutes Gelingen. Gut, so sollte die Projektmappe entsprechend aussehen,